So, na dann, willkommen zu einem neuen Letztest, zu Letztest aka Xolotl mit einer sehr lustigen, wahnsinnigen Story, aber starten wir mal rein, Steam Next Game Festival habe ich beim letzten Mal nicht gesagt, spielen wir das hier gerade live auf Twitch und später wahrscheinlich auf YouTube in den Letztests. Auf geht's. Okay, und wir sind hier direkt drinnen. Wir haben schon eine Waffe, wir sind ein kleiner als Xolotl und wir haben eine Waffe. Guck. Ich dachte, es gibt hier eine kleine Einführung, hier ein kleines. Ich fand, dann blende ich euch, wenn es das jetzt hier nicht gibt, dann blende ich euch den kleinen Trailer, der eigentlich so groß hatte ich den Trainer. Der ist hier, der die kurze Geschichte beschreibt. Kleine Xolotl, was nichts zu essen hat, nichts zu essen kriegt und deswegen hier rumlaufen muss und ein Blöter schießt. Ah, hier können wir unser Aussehen ändern. Und die violetten Ölchen. Und die schwarze ist das jetzt. Und die schwarze Geschichte. Okay. Okay. Wir können was kaufen. Dann kickstarter werden. Okay. Punk, King, Holder, Kono. Survive against. Okay. Können wir hier angereien? Okay. Wir können da kann man nicht in dash shoots oder genau andersrum na dann da sind die gegner nächster gibt es essen oh nein totes axolotl zwangfurst lp ist nämlich groß aufpassen dass wir nicht so kurz drauf gehen ich habe eine große waffe aufheben so viel auf einmal aufheben aufheben das hat mir keiner gesagt ach so lottl schieß dich frei meine arena für messen der bummerang verdammt zurück habe ich die musik leise gestellt verdammt weil gern ja gut das werden wir nicht lange spielen er sieht schon wie ich das aushalte gut ich daran bin fleisch ich habe eine neue waffe oder auch nicht verdammt 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 auch sieben monate habe ich jetzt hier schon bin ich schon mit guten mittelfeld verdammt und das ist glaube ich 100 die wir hier besiegen unsere gegner verdammt verdammt 150 ok ernst für rund machen wir noch das gegen was ach so lottl wütend und wenn wir die aufheben verdammt sind wir tot 700 immer noch nicht verbessert keine runde machen wir hier noch eine waffe ok drei haben wir dort was haben wir die drei bedeutet oha hier unsere schnauze drei tode in folge wahrscheinlich verdammt ich kenne gut was wir hier machen können hier kann man eine waffe kaufen swap ja ja kaufen können wir hier noch nichts ja Platz im 100 sind wir hier ah ja Platz 100 müssen wir sehr weit runter gehen um uns zu sehen nach nach 700 hier ich zu Platz 700 bis da jetzt auch irgendwie in dem in dem ranking sehen unter na 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 dann ich bin ich bin in der westliste jay auf platz 700 na 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 Untertitelung. BR 2018